Heiho und herzlich willkommen zu 5 vs. 1, 5 vs. Ashy in diesem Fall. Und ja, ich habe relativ zufällig die Bots genommen, die sind Beginner-Bots, einfach nur ich habe momentan keine Lust mich besonders anzustrengen gegen diese Bots und von daher habe ich die ausgewählt, ist aber auch nichts so Schimmes. Und ja, ihr kennt hier die Taktik einfach durch die Mitte durch und dabei versuchen nicht zu oft zu sterben. Wenn ihr irgendwelche Kombis wollt von wegen Blah gegen diese 5 Blah-Bots, dann müsst ihr das nur Bescheid geben, dann werde ich das versuchen beim nächsten Mal zu bringen, vielleicht doch bei irgendeinem Mal danach, je nachdem wie viel ich im Voraus schon aufgenommen hatte. Ja, willkommen. Und dieser Blue-Buff-Red-Buff-Dragon-Baron-Counter, ihr müsst immer, es kommt darauf an, ob ich gleich Zeit habe, die Buffs noch mitzuholen, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich nicht bis zum Baron kommen werde, auch weil der relativ stark ist. Aber ansonsten werde ich natürlich mein Möglichstes versuchen und daher sage ich auch mal, let's go! Und dann geht's mal. Das war's für heute. Das war's. 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 Das war's.